Was ist der Sänger von Boyzone gestorben? Die orientierungslosen Kuffar, was haben sie danach gesagt? Einige haben gesagt, jetzt geht es ihm besser. Jetzt ist er von seinem Leid erlöst in dieser Welt. Die anderen haben gesagt, ach er war doch noch so jung. Man fragt sich, wieso eigentlich, das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Die einen sagen, jetzt geht es ihm besser, die anderen sagen, er war doch noch so jung. Ich meine, wenn die eine Garantie haben, dass es ihm jetzt besser geht, ist doch egal, wie jung der stirbt. Dann ist er doch, nee, aber das Problem ist, die denken, ja, man muss ja viel erlebt haben. Man muss ja viel erlebt haben, wenn man so früh stirbt, dann ist ja alles nichts. Warum erwähne ich das? Ich erwähne das, damit wir uns nochmal bewusst werden, was der Islam für eine Gnade ist. So viel orientierungsloses Kuffar, bei jeder Beerdigung von Nichtmuslimen hörst du zwei Sachen, oder meistens. Entweder er war ja noch so jung, oder naja, er war ja alt genug, hat ja sein Leben gelebt, oder sie, oder jetzt geht es ihm besser. Und dann fragst du dich, wo habt ihr die Garantie überhaupt her, nirgendwo. Das heißt, die einzige Religion, die dir wirklich zeigt, was im Jenseits passiert, ist der Islam. Glaub es mir, geht zur Bibel, und die Bibel ist im Ursprung von Gott, es sind viele Sachen auch verändert worden, aber da sind viele gute Lehren drin, immer noch. Weil viele gute Lehren noch auf das ursprünglich zurückzuführen kann. Aber selbst dort, du findest über das Jenseits so gut wie nichts. Bei uns im Islam, alles wird genau beschrieben. Der Moment des Todes. Wie die Seele aus dem Körper rausgezogen wird. Wie Malekul Maud kommt. Wie andere Engel kommen, die die Seele nehmen und in ein Leichentuch bringen. Hoch in den Himmel bringen, und so weiter und so fort. Wie die Seele zurückkommt. Wie dann im Grab, ja, zwei Engel kommen. Die fragen, wer ist dein Gott, was ist deine Religion, wer ist dein Prophet. Wie ein Mann kommt, entweder mit einem schönen Gesicht oder mit einem hässlichen Gesicht, ja, oder wie gesagt, ein furchterregendes Gesicht. Entweder es waren der Mann, das sind deine gute Taten oder deine schlechten Taten. Wie es dann im Grab weitergeht, wie einem eine Tür aufgemacht wird zum Paradies oder zur Hölle. Dann, wie es am jüngsten Tag weitergeht, dass man an eine Brücke geht, die schärfer ist als ein Schwert und dünner als ein Haar. Wie gewogen wird, wie die Bücher kommen, alles Mögliche. Wie es im Paradies aussieht, wie es in der Hölle aussieht. In keiner Religion, nirgendwo wird es so detailliert erklärt, wie im Islam. Nur von niemandem wurde es so erklärt, wie vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Und warum? Weil der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, der beste Lehrer ist. Und weil er sich Sorgen um uns macht. Das heißt, bedrücken tut es ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Und ein guter Lehrer, den zeichnet zwei Sachen aus. Erstens, er motiviert einen für den Test, für die Arbeit. Und zweitens, er bringt einem das bei, was man braucht, um die Arbeit zu bestehen, um die Klausur zu bestehen. Wenn du einen guten Lehrer in der Schule hast, er motiviert dich für die Arbeit. Und zweitens, er bringt dir genau das bei, was du brauchst, um die Arbeit zu bestehen. Das ist ein guter Lehrer. Und der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, der hat uns diese ganzen Dinge beigebracht. Was passiert? Und wie wirkt das bei uns, diese Sachen, die uns beigebracht hat, als Motivation? Denn wenn du weißt, du hast diese Tests zu bestehen, im Grab, am jüngsten Tag, 50.000 Jahre unter der Sonne, die bis auf eine Meile oder ähnliches herunterkommt, bei Hitze, dann weißt du, wie wichtig dieser Test ist. Und, wenn dieser Prophet, Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, jetzt über eine Sache sagt, die Sache, die ich für euch am meisten fürchte, ist diese Sache dann gewaltig oder ist die nicht gewaltig? Die ist gewaltig. Und der Prophet, a.sallallahu alaihi wasallam, sagte, Achwa fuma, achha, fu ala ummati ish shukul asra. Er sagt, dass ich für meine Ummah, die Gemeinschaft, am meisten fürchte, ist was? Der kleine Shirk. Und dann, was haben die Gefährten gefragt? Und es war oft so, dass der Prophet eine Frage gestellt hat, oder etwas in den Raum geworfen hat, wo eine Frage offen bleibt, damit die anderen danach fragen. Weil dadurch bleibt man offen und dadurch konzentriert man sich auch. Daraufhin haben sie gefragt, was ist das kleine Shirk? Shirkul asra. Und daraufhin meinte der Prophet, a.sallallahu alaihi wasallam, Ar-Riyah, die Augendienerei. Was ist Augendienerei? Jetzt musst du dich fragen, wenn das das ist, was der Prophet sagt, was er am meisten fürchtet für seine Ummah, und du gehörst zu seiner Ummah, was musst du dann machen? Dann musst du wissen wollen, was das ist, wie du dich davor schützt, damit du, erst mal musst du wissen, was es ist, damit du es identifizierst. Wenn du nicht weißt, was etwas ist, dann kannst du es auch nicht identifizieren, dann kannst du dich nicht davor schützen. Und dann musst du gucken, wie du dich davor schützt, und wie du dich dagegen heilst. Und das ist das, worüber wir heute reden wollen, das, was der Prophet, a.sallallahu alaihi wasallam, am meisten für diese Ummah fürchtet. Und diese Augendienerei, diese Riyah, und da gibt es auch Sum'ah, Sum'ah ist halt das andere von einem Hören, ja. Das ist, dass du beispielsweise eine Tat machst, die eigentlich für Allah gemacht wird, und du machst diese Tat, um von anderen dafür gelobt zu werden, oder eine Dunja-Sache dafür zu bekommen. Zum Beispiel, jemand betet, und während dem Gebet merkt er, dass ihn jemand beobachtet. Und jetzt, jetzt verschönert er das Gebet, verlängert das Gebet, zeigt sich im Gebet ganz demütig, obwohl zu Hause betet er nur so. Aber dann, wenn er unter den Leuten ist, betet er so. Verstehst du? Jetzt, weil die Leute sind ihm gerade am gucken, möge Allah uns davor bewahren, achi, verstehst du? Möge Allah uns davor bewahren, unser Herz reinigen, achi. Weil der Prophet sagt, das ist das, was er am meisten fürchtet. Und jeder sollte Angst haben, da reinzukommen. Warum? Werden deine Taten kaputt gehen? Und du wirst zu den Verlorenen gehören. Der große Schirk macht alle Taten kaputt. Großer Schirk, deine Taten sind alle kaputt. Kleiner Schirk, die Tat, die du gerade gemacht hast, wo der kleine Schirk mit reinkommt. Du hast 99% für Allah gemacht, 1% verschönert für den Vater deiner zukünftigen Frau, die du gerne heiraten willst. Deine Tat ist kaputt. Weil Allah sagt in einem Heiligen Hadith, Das heißt, wer eine Tat macht und gesellt mir dabei jemanden bei, so verlasse ich ihn und seine Tat. Das heißt, 1% für jemand anderen aus Allah, die Tat ist nicht akzeptiert. Kannst du dir das vorstellen? Achi, und dann kannst du dir vorstellen, wie gefährlich das ist, wie schnell man seine Nia verliert, seine richtige Absicht verliert, die reine Nia. Und ich habe gesagt, erstmals ist es eine große Sünde, zweitens, es ist was, es macht die Tat kaputt, die man macht und drittens, es ist ein Mittel zum großen Schirk. Es ist ein Mittel zum großen Schirk. Und der Prophet, das heißt, wenn man hier reinfällt und das nicht von sich abwehrt, das kann der Grund sein, dass man in den großen Schirk hineinfällt irgendwann. Dass man die Tat eigentlich in erster Linie für die anderen macht. Und dann ist großer Schirk. Großer Schirk ist die Sünde, die Allah subhanahu wa ta'ala nie vergibt. Kuffur. Ich wollte es dir gerade erklären. Ist zum Beispiel Unglaube. Zum Beispiel, dass man andere neben Allah anbetet. Wenn jetzt zum Beispiel jemand hingeht, geht um ein Grab, macht um das Grab Tawaf, zu dem Toten, dann hat er diesen Mann im Grab angebetet. Oder er geht zu einem Grab, schlachtet für den im Grab, sagt, ja, sieh die im Namen von dir. Hat man hat der große Schirk gemacht. Wenn er in dieser Sünde stirbt, oder jemand betet zu Jesus, wie Christen. Oder jemand betet zu Buddha. Oder zu irgendjemand. Das ist alles große Schirk. Und Allah sagt im Koran, Allah vergibt es nicht, dass man ihm jemanden beigesellt, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Mit der Bedingung, wenn man in diesem Zustand stirbt. Das heißt, wenn er danach Tauber macht, zum Beispiel jemand, der war 100 Jahre Götzendiener, und am Ende kommt er zum Islam, der hat 100 Jahre Schirk gemacht, hat 100 Jahre Gräber angebetet, Heilige angebetet, Götzen angebetet, Propheten, Engel angebetet. Selbst wenn einer den Propheten a.s. anbetet, ist er auch Schirk. Das heißt, wenn er in diesem Zustand stirbt, wird die Sünde nicht vergeben, er ist für Ewigkeit in der Hölle. Aber wenn er Tauber macht in Lebenszeiten, dann wird die Sünde vergeben. Und der kleine Schirk ist, wie gesagt, dass du eigentlich die Tat für Allah machst. Das heißt, du betest nicht direkt jemand anderen an, sondern du machst ja eine Tat für Allah. Aber in deiner Niyah machst du sozusagen einen indirekten, versteckten Schirk, weil du diese Tat ja für den anderen machst, weil du sie für ihn verschönerst. Okay? Angekommen? Okay, Alhamdulillah. Jetzt, ja gut, das ist gut, dass er gefragt hat, vielleicht ging es dem einen oder anderen auch so. Jetzt kommt, bringt der Prophet, alaihissalat, zum einen Hadith. In diesem Hadith sagt der Prophet, alaihissalat, das heißt, der erste mit dem abgerechnet wird, am jüngsten Tag ist ein Mann, der ist gestorben auf dem Weg Allahs, sozusagen als Mujahid, als Schahid, man sieht ihn als Schahid. Und der wird gebracht, und dann wird ihm die Gnadengabe gezeigt, und er gibt zu, er hat diese Gnadengabe gekriegt. Und dann wird zu ihm gesagt, was wird zu ihm gesagt? Was hast du dafür getan? Was hast du für diese Gnadengaben getan? Dann sagt er zu Allah, Ich habe für dich gekämpft, bis ich für dich getötet wurde, bis ich zum Schahid wurde für dich. Was sagt Allah? Jetzt guckt sie das mal rein hier, unglaublich. Er sagt, Das heißt, dann wird er genommen, das heißt, Allah sagt zu ihm, du hast gelogen, du hast nicht gekämpft für mich, sondern du hast dafür gekämpft, damit die Leute sagen, mutig, tapfer, stark, ja, hier, und es wurde gesagt, das heißt, du hast deinen Lohn bekommen. Es wurde gesagt, die Leute haben doch gesagt, ja, hast du den gesehen? Maschallah. Dann wird er genommen, wird befohlen, ihn zu nehmen, und er wird auf dem Gesicht gezogen, bis er in die Hölle geschmissen wird. Bis er in die Hölle geschmissen wird. Kannst dir vorstellen, Achille, du bist im Kampf, deswegen gab es einige von den Selef, die haben ihr Gesicht versteckt im Kampf. Aber stell dir vor, du bist am Kämpfen, und dann siehst du die Leute um dich herum, und sagst, Maschallah, guck mal, was das ein starker Mann ist, und so, ja, verstehst du, du kannst dir vorstellen, der Mensch, diese Nefs, wie schnell er dann auf einmal diese Tat nicht mehr für Allah macht, sondern er hat im Ursprung angefangen, die für Allah zu machen, dann während der Tat kommt der Scheitan und flüstert ihm ein. Allerdings sagen einige Gelehrte, dass bei diesen drei Personen, ich zähle noch zwei andere auf, dass der Grund eigentlich war, dass die eigentlich schon den großen Stück reinbekommen sind, weil durch diese Riyah ist es am Ende dazu geworden, dass das die eigentliche Absicht von ihnen gewesen ist, ja, die zweite Person, zweite Person, Rajul, ta'allam al-ilma wa'allamahu wa karra al-Kur'an, ja, zweite Person ist wert, er hat gelernt, und hat gelehrt, Wissen, von der Religion, Koran, Sunnah und so weiter, und hat Koran gelesen, konnte vielleicht Koran auswendig, oder war auf jeden Fall jemand, der den Koran gut lesen konnte, fa'umirabi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, dann wird ihm seine Gnade gezeigt, und er gibt zu, dass er das bekommen hat, dann wird zu ihm gesagt, fa'ma amilta fi'ha, okay, was hast du dafür getan, dann sagt er, ta'allam tu'l-ilma wa'allamtu'hu, ta'allam tu'l-ilma wa'allamtu'hu, wa karra'atu fika'l-Kur'an, ich habe Wissen gelernt, und habe es weitergebracht, und habe für dich den Koran gelesen, was wird zu ihm gesagt, ka'wibd, du lügst, du hast gelogen, wa laqinnaka ta'allamta'l-ilma, liyukala alim, wa karra'atu'l-Kur'an, liyukala karih, faqad krih, denn du hast den Koran, du hast Wissen gelernt, damit die Leute sagen, alim, und hast den Koran gelesen, damit die Leute sagen, ka'rih, wie zum Beispiel, abdu'l-bass und abdu'l-sam, also über die sagt man ka'rih, ich sage nicht, au du billah, möge Allah die Festigen ins Paradies führen, wenn ich, dass jemand falsch versteht, ja, aber das sind Leute, über die man ka'rih sagt, das heißt, mit welcher Absicht hast du das gemacht, hast du das nur gesagt, damit die Leute sagen, mashallah, wie liest der Koran, super Stimme, und er kann auswendig, oder hast du gemacht, damit du das für Allah rezitierst, und wurde schon gesagt, und wurde schon gesagt, dann wird er auf seinem Gesicht gezogen, bis er in die Hölle geschmissen wird, dritte Person, rajulun, rajulun, ata'u allahu, also, wasa allahu alayhi, wa'atahu, min asnafil mal, ja, eine andere, oder um kamakol, eine andere Person, Allah hat ihm viel Reichtum gegeben, ja, und dann wird er gebracht, fa'ut yabi, fa'arrafa ni'mahu fa'arrafa ha, dann wird ihm die Gnaden haben gezeigt, hier das ganze Vermögen, was er bekommen hat, und dann sagt er, wird zu ihm gesagt, fa'ma amilta fiha, was hast du dafür getan, dann sagt er, ma taraktu min sabilin, zuhibbu an yunfaqa fiha, illa anfaqdu fiha lak, er sagt, ich habe keinen Weg gelassen, wo du es liebst, Allah, dass man spendet, außer dass ich dort für dich gespendet habe, und wird zu ihm was gesagt, kadabt, wa ala qinnaka fa'alt, ni'uqal jawad, faqadqil, sondern du hast das gemacht, damit die Leute sagen, großzügig, und wurde schon gesagt, und dann wird er auch genommen, und wird auf dem Gesicht gezogen, bis er in die Hölle geschmissen wird, au ka'imakala rasulullah, darin seht ihr, das heißt, guck mal, deswegen muss man immer seine Taten kontrollieren, guck mal, eine Person, die überall gespendet hat, eine Person, die Alem geworden ist, vielleicht den Koran auswendig konnte, eine Person, der Mujahid war, der gekämpft hat, und am Ende hat der Satan ihn kaputt gemacht, Brüder, deswegen muss jeder davor Angst haben, wer keine Angst davor hat, der hat ein Problem, und der Prophet hat gesagt, das ist das, was er am meisten fürchtet für uns, so, jetzt ist die Frage erstmal, jetzt ist die Frage, wie kommt man davon weg, und wie wirkt der Satan, hier sagen erstmal, der Satan zum Beispiel vor der Tat, vor der Tat, beeinflusst er dich, und deswegen sagt der Imam Ahmed, der kommt vor der Tat, und sagt, guck mal, die Leute sehen dich, geh doch mal da in die Moschee, da ist doch der Vater von deiner Frau, und so und so, und da ist doch diesen, verstehst du, deswegen versuche immer, deine Taten zu kontrollieren, und Imam Ahmed, der sagt, bevor du eine Tat machst, bevor du etwas sagst, oder ich glaube, das war Imam Ahmed, auf jeden Fall einer von den großen Gelehrten, bevor du eine Tat machst, denke nach, warum machst du die jetzt, das ist das Mittel, das erste Mittel, wie du das kontrollierst, so, jetzt die Frage, was macht man, wenn du dich erwischst, du machst die Tat für die Leute, was machst du dann, viele werden sagen, lässt du die Tat, nee, dann hast du ja die Hassanette nicht mehr, willst du Hassanette, oder, nee, dann musst du deine Nier umstellen, dann musst du deine Absicht verändern, musst deine Absicht drehen, nicht die Tat lassen, weil der Schaitan West West macht, ansonsten, glaub mir, dann kommt der Schaitan bei jeder Tat, die du machst, und sagst, hey, 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 du machst die bestimmt für die Leute, da kriegst du, Shirkul Asra, vielleicht kommst du nachher in die Hölle deswegen, und dann machst du nachher keine Tat mehr, glaub mir, der kriegt das mit, der flüstert dir ein, der in die Herzen des Menschen einflüstert, deswegen mach die Tat, aber, ändere deine Absicht vorher, ändere deine Absicht vorher, zweite Sache ist, während der Tat, während der Tat, kommt er zu einem, ah, guck mal, die beobachten nicht gerade, und dann kontrolliere dich, und du machst auch weiter, aber wehre ihn ab, wenn du ihn abwehrst, selbst wenn er kurz an dich rangekommen ist, zählt die Tat trotzdem, aber wenn er dich überwältigt, und du machst die Tat weiter, mit dieser Reha-Absicht, dann ist die Tat kaputt, deswegen, kontrollieren, dann nach der Tat, hier sagen die Gelehrten, gibt es unterschiedliche Meinungen, es gibt manche, ich habe das zum Beispiel bei Madarjo Saleqin gehört, von Imun Kayim, dass der Scheitan, noch 30 Jahre, noch jahrelang später kommt, und will, dass du halt deine Tat erzählst, um damit anzugeben, aber andere Gelehrte sagen, dass die Nia, nur mit der Tat verbunden ist, vor der Tat, und während der Tat, zum Beispiel vor der Tat, wenn der Prophet sagt, das heißt, die Taten sind entsprechende Absicht, und jedem gebührt das, was er beabsichtigt hat, Das heißt, wer also ausgewandert ist, damals ist den, bevor man auszuwandern, für Allah und seinen Gesandten, so ist seine Auswandlung für Allah und seinen Gesandten, das heißt, das ist der Luh von Allah, und dessen Hijra, dessen Auswanderung, von Mekka nach Medina jetzt, war, um eine Frau zu heiraten, oder, was von der Welt zu bekommen, so, ist seine Hijra, seine Auswandlung, für das, wozu ausgewandert ist, aber, zum Beispiel im Gebet, das heißt, du hast vor deiner Tat, eine Absicht, und während deiner Tat, hast du eine Absicht, wenn du jetzt zum Beispiel, während deiner Tat, zum Beispiel im Gebet, deine Absicht änderst, zu einem anderen Gebet, je nachdem, was das für ein Gebet ist, geht dein Gebet kaputt, wenn du zum Beispiel, während dem Gebet bist, du fängst an zu beten, mit der Absicht von, Maghreb, dann änderst du im Gebet, deine Absicht, und sagst, ich bete besser noch, zwei ist von der Vorrakat, also dann endest du das, dein Gebet ist kaputt, erstmal, deine Absicht ist kaputt gemacht, das heißt, du machst die Absicht vor, und während dem Gebet kaputt, und nicht danach, weil danach ist die Absicht, eine Bedingung von der Tat, und diese Absicht, muss während der Tat, durchgehend dabei drin sein, so erstmal die Absicht, welche Tat man macht, zweitens die Absicht, dass man sie für Allah macht, und drittens die Absicht, dass man sie nach was macht, nach dem Schema vom Propheten, a.s. Das heißt, hier muss man vor allen Dingen, vor allen Dingen aufpassen, das heißt, wenn der während der Tat zu dir kommt, der Schaitan, musst du ihn abwehren, und deswegen muss man immer aufmerksam sein, und hier gebe ich euch drei Dinge, oder ich gebe euch noch einige Informationen dazu, wir haben eben gesagt, wenn du jetzt während der, vor einer Tat bist, und jetzt kommt der Schaitan zu dir, und sagt zu dir, guck mal, lass die Tat, du machst die bestimmt für die Menschen, dann ist das was vom Schaitan, etwas anderes ist es, wenn du die Tat lässt, weil du denkst, wenn ich das mache, dann denken die Menschen, guck mal, was das für ein Angeber ist, dann hast du auch Ria, Augendienerei gemacht, und dann hast du für die Menschen, um denen zu gefallen, eine Tat für Allah gelassen, ich gebe euch mal ein Beispiel, ein Bruder, der wollte in der Moschee was spenden, und der hat gesehen, die spenden alle viel, großes Geld, und er hatte nur Kleingeld in der Tasche, dann hat er sich gedacht, wenn ich jetzt das Kleingeld raushole, und tu das da rein, dann denken die, guck mal, der hier, die spenden alle Scheine, und der spendet hier ein paar Groschen, oder wie, dann hat er sich gedacht, Auzubillah, der Schaitan, guck mal, wie der hier mich, verstehst du, deswegen, da muss man auch aufpassen, sonst kommt man auf der anderen Seite in der Ria rein, deswegen lasse keine Tat, wenn du eine Tat machst, die Allah wohlgefällig ist, nur hast die Nia gefasst, die zu machen, wenn du merkst, ja, du beobachtst dich, für wen mache ich die Tat, wenn du merkst, da ist etwas für andere Leute dabei, was sollst du machen, nicht die Tat lassen, die Tat machen, aber du sollst deine Nia ändern, wie änderst du deine Nia, indem du dir erstmal, bewusst machst, für wen du lebst, für Allah, und ich habe Jinn, und Menschen nur schaffen mir zu dienen, und das ist das, das Mittel gegen Shirk al-Asqa, gegen Kleinschirk, erstmal, dass du dir deinem Ziel wieder bewusst bist, Paradies oder Hölle, Paradies oder Hölle, denke immer daran, willst am jüngsten Tag, du sagst dir dann einfach, warte mal, wenn ich die Tat jetzt lasse, vielleicht ist das die Tat, die mir am jüngsten Tag, auf der Waagschale fehlt, wenn du das sagst, dann wirst du die Tat mit der richtigen Absicht machen, wenn der Scheitan zu dir kommt, sagt, hey, machst du die jetzt für die Menschen, dann sag dir, vielleicht ist das die Tat, die mir am jüngsten Tag, auf der Waagschale fehlt, dann hast du sie automatisch, für Allah gemacht, für Jenseits gemacht, verstanden, verstehst du, stell dir mal vor, du willst eine Tat nicht machen, und dann denkst du dir, warte mal, am jüngsten Tag, die Taten werden gewogen, das heißt, du willst mehr schlechte Taten, als gute Taten, aber vielleicht ist diese Tat, der ausschlaggebende Punkt, dass du gar nicht bestraft wirst, Allah wa alam, und dann machst du das, denke darüber nach, das heißt, erstes Mittel, immer, ja, alhamdulillah, erstes Mittel, immer an das Jenseits denken, immer an das Ziel denken, zweites Mittel, derjenige, der, möge Allah uns davor bewahren, diese Riyah hat, der gibt den Menschen einen besonderen Stellenwert, weil er möchte bei den Menschen, besonders gut dastehen, und deswegen, wenn du eine Tat für Allah machst, dann denke, natürlich will keiner jetzt der Letzte sein, oder so, das ist auch eine normale Sache, dass man jetzt nicht irgendwie, einen niedrigen Status haben will, oder der Letzte, das ist wie ein normaler, das ist kein Riyah, aber wenn du jetzt eine Tat machst, und dir kommt dann in den Sinn, ja, oh, ich mache einen auf besonders keusch, oder einen auf besonders nett, dann denke darüber nach, wer ist dieser Mensch gegen Allah, nichts, es gab aber einen Gelehrten, der ist eingeladen worden, zu einem Jabbar, zu seinem Tyrannen, und diesen Tyranno, der hieß Ayub, und den durfte keiner mit dem Namen Ayub ansprechen, und an diesem Tag, die sitzen dort bei diesem Tyrannen, nur diesen, der die Gelehrten eingeladen hat, und er sitzt mit dabei, und plötzlich fängt er an, keiner darf ihn Ayub nennen, ja Ayub, schäm dich, und er fängt an, ihn sozusagen fertig zu machen, ja, der Tyrann, dieser König, oder Führer, der war total perplex, und dann, haben sie nachher gefragt, wie kam das, dass du dich das getraut hast, und dann sagt er, ich habe über die Größe von Allah nachgedacht, Allahu Akbar, Allah ist der Größte, und da habe ich den gesehen, wie so eine kleine Katze, und das ist das, deswegen musst du immer, über die Eigenschaften von Allah, subhanahu wa ta'ala nachdenken, und denke über diesen Hadith, nach wo der Prophet sagt, وَأَنَّ الْؤُمَّةَ إِنِشْتَمَعَتْ أَعْلَا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْنْ Wenn sich die ganze Ummah, die ganze Gemeinschaft, oder auch die ganze Welt versammelt, um die in einer Sache, nur in einer Sache zu nützen, die können dir nichts nützen, außer was Allah dir abgeschrieben hat. وَأَنِشْتَمَعُوا أَلَا أَنْ وَلَوْ يَنْفَعُوا أَلَا أَنْ يَدْرُوكَ بِشَيْنْ لَمْ يَدْرُوكَ إِلَّا بِشَيْنْ كَتَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ Und wenn die sich versammeln, die ganze Ummah, die ganze Welt, um dir in irgendeiner Sache zu schaden, die können dir nichts schaden, außer was Allah für dich geschrieben hat. Deswegen auch für die Leute, die arbeiten gehen, was wir eben mit dem Gebet gesagt haben. Ach, ich sage dir, geh zu dem Arbeitgeber, sage zu ihm, er kann dir was von deinem Lohn abziehen, sage zu ihm, er soll dir was von der Pause abziehen, wenn du dort nicht beten kannst, ansonsten such dir eine andere Arbeit. Such dir eine andere Arbeit, weil die Arbeit kann nicht gut für dich sein, wo du nicht beten kannst, wenn du beten musst während der Arbeit. Das kann ja sein, dass die Arbeitszeiten so sind, dass du auch danach noch das Gebet nicht verpasst hast. Wenn du zum Beispiel bis 12 Uhr nur arbeiten würdest, dann kannst du 100% immer das Gebet in deiner Zeit beten, beispielsweise. Das als Punkt. Das kann nicht sein. Denke darüber nach. Dritte Sache ist, Dua. Man muss Dua machen, dass Allah einem Aufrichtigkeit gibt. Dua. Erstmal, du kannst normale Dua machen, du kannst die Hände heben, du kannst im Sujud Dua machen, oder nachdem du mit dem Tahiyyat und der Dua und so fertig bist, kannst du danach noch Dua machen. Viele sehe ich im Gebet, sie machen mit dem Finger, und sobald sie fertig sind, machen sie so hier. Safi, so nach dem Motto. Essen ist fertig, das war's. Und dann sitzen sie dort. Erstmal, ich wollte mal fragen, wo kommt das eigentlich her, diese Bewegung hier? Hier, guck mal. Ist so wie Backe, backe Kuchen, so nach dem Motto. Mach weiter mit deinem Finger und mach Dua. Rabbana atina fidu. Bis der Imam das Rieh macht. Du kannst danach auch weiter Dua machen. Erstmal die Dua. Allahuma inia'udhu bika. Ja? Und so weiter, von den fünf Dingen. Min athabi jahanna, min athabi kabri, wa min fitnatil mahya wa mamad, wa min sharim asihid ajjal. Ja? Gibt's verschiedene Überlieferungen von dieser Dua. Und danach, wenn er noch nicht das Leben gemacht hat, mach weiter. Aber viele Leute, die machen einfach Ende. Und dann die bewegen noch. Safi. Essen ist fertig oder so. Nach dem Motto. Baraka. Mach Dua. Sag zum Beispiel Allahuma, inna nas alukal ikhlasa fikauri wal amel. Oh Allah, wir bitten dich um ikhlasen in unseren Taten und reden und in unseren Taten. Dann eine Dua, die der Prophet speziell hier für beigebracht hat. Allahuma inia'udhu bika. Ushrika bika wa na'alam was da für ruka libe ala'alam. Das heißt, Oh Allah, ich bitte dich um Zuflucht, dass ich dir jemanden beigeselle, während ich's weiß und ich bitte dich um Vergebung für das, was ich nicht weiß. Diese Dua lernen. Ist auch in Hüssen Muslim vorhanden. dass man die immer wieder sagt. Weil, wie gesagt, das ist die gefährlichste Sache. Eine der gefährlichsten Sachen für diese Ummah. Okay. Dann die vierte Sache, was ich schon gesagt hab, ist, dass man sich kontrolliert. Dass man immer wieder sich das Ziel vor Augen führt, vor jeder Tat. Denke zum Beispiel, vor jeder Tat könntest du zum Beispiel denken, diese Tat muss in die Waagschale rein. Und so schwerer sie ist, vielleicht wenn ein bisschen fehlt, ist die Waagschale zu leicht. Sie muss schwer in der Waagschale liegen. Dann wirst du besser sein. Subhanallah. Dann. Jetzt geht es darum, Taten, die man gemacht hat. Die Gelehrten sagen, ich las es, wenn man seine guten Taten so verschweigen will, wie seine schlechten Taten. Wenn du eine schlechte Tat gemacht hast, du willst, dass keiner davon mitbekommt, oder? Dann willst du, dass da keiner davon mitbekommt. Okay, heutzutage ist es bei einigen anders, wenn die zum Beispiel Sina gemacht haben, mit einem Mädchen, da wollen ja am nächsten Tag alle ihren Freunden jetzt, die sind ganz stolz drauf. Aber ich glaube, wer so ist, da kann man schon fast Salat und Janeser verbeten, weil da scheint das Herz schon mehr tot als lebendig zu sein. Aber das ist der Punkt. Das heißt, wenn du eine schlechte Tat, aber bei deiner Mutter willst du vielleicht doch nicht, dass die es mitkriegt, oder? Das heißt, hier, du willst deine schlechten Taten, deine guten Taten so verbergen, wie deine schlechten. Der Prophet sagt, die beste Spende ist, ja, eigentlich in der Überlieferung heißt es, dass die linke Hand gibt, was die rechte nicht weiß, aber das ist immer klug in dem Hadith, also dass die rechte Hand gibt, was die linke nicht weiß, ja, das heißt, was ist damit gemeint, dass die linke nicht weiß, was die rechte gibt? Damit ist gemeint, dass man die geheim gibt, dass man diese Spende geheim gibt. Warum? Weil dann bist du sicher, dass kein Ria dabei ist. Dann bist du sicher, dass kein Ria dabei ist. Dann muss man aber hier einen Unterschied machen. Wann soll man eine gute Tat zeigen? Erstmal die guten Taten, die öffentlich vorgeschrieben sind. Es gibt gute Taten, die sind öffentlich vorgeschrieben, die kannst du nicht verstecken. Zum Beispiel, Jomul Jumar geht zum Jumar-Gebet. Da musst du hin. Hat nichts mit Ria zu tun, wenn du hingehst. Und dann was anderes, wenn du durch die gute Tat, die du öffentlich machst, anderen motivierst, die gute Tat nachzumachen. Und da sagt der Prophet, wenn Sanna Sunnatin Hassanaten, wer eine gute Sunna einführt, der kriegt den Lohn von dem, der ihr folgt, bis zum Jomul-Kiyama, bis zum jüngsten Tag. Und das war eine Geschichte, wo jemand, als der Prophet zu Spenden aufgerufen hat, einer viel gegeben hat, worauf dann die anderen motiviert waren, auch viel zu geben. Das heißt, hier muss man aufpassen. Das heißt, es heißt jetzt nicht, wenn du eine Tat öffentlich machst, dass die Tat jetzt Ria gewesen ist. Ich sage das nur zu eurer Sicherheit. Ja, dass man versucht, die Taten so gut es geht immer zu verstecken. Es sei denn, man kann jemanden damit bewegen, die gute Tat nachzumachen. Dann kann es besser sein. Ja. Und natürlich Taten, die kann man nicht verstecken. Eine Frau kann nicht verstecken, wenn sie das Kopftuch trägt. Oder ein Mann, der, äh, ja doch, wenn sie in ihr Grab trägt, dann kann sie es verstecken. Oder ein Mann, der Bart trägt, der kann nicht verstecken, dass er Bart trägt. Ja, es gibt halt Sachen, die kann man nicht verstecken. Aber das, was man verstecken kann, verstecken. Die andere Sache ist, man muss auch nicht etwas machen, wodurch die Leute schlecht von jemandem denken. Und da kann man sich auch verteidigen. Wenn ihr zum Beispiel jemand was von einem behauptet, zum Beispiel, oder schlechte Gedanken hat, oder man macht etwas, wodurch Leute vielleicht zu erwärmen bekommen, eine schlechte Vermutung. Zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast eine christliche Frau. Du gehst mit ihr über die Straße, sie hat kein Kopftuch. Jetzt siehst du, Leute sehen dich. Du hast die vielleicht schon in der Jahiliya-Zeit geheiratet. Da kannst du zu den Leuten und sagen, das ist meine Frau. Damit sie nicht schlecht von dir denken. Vielleicht denken die, guck mal, hier läuft er mit der Freundin durch die Gegend. Obwohl einige, die schämen sich ja, wie gesagt, gar nicht. Das ist noch schlimmer. Und der Prophet, erlässt dir das, dann ist einmal abends mit seiner Frau Safia gegangen. Und da kamen dann Leute vorbei und dann hat er ihnen gesagt, das ist Safia, in der Safia. Damit die Leute nicht denken, oh, mit welcher Frau geht er dort. Versteht ihr? Das heißt, man muss auch nicht dafür sorgen, dass die Leute vielleicht eine schlechte Meinung von jemandem bekommen. Jetzt, wenn man gelobt wird, zum Beispiel, wird gelobt wegen einer guten Tat, danach. Du hast Lob nicht beabsichtigt, aber du kriegst Lob danach. Du hast die Tat also nicht für Lob gemacht, sondern hast die Tat für Allah gemacht. Jetzt wirst du danach gelobt. Und du freust dich darüber. Der Prophet a.s. sagt, tilka ajilu bushram mu'min, bushram mu'min. Das ist die frühzeitige, frohe Botschaft für einen Gläubigen, dass er das bekommen hat. Weil er sagt doch, ihr seid die Schuhada auf der Erde. Wenn mehrere Leute, eine bestimmte Anzahl von Leuten sagen, der war aber ein Guter, der gestorben ist und so weiter und so fort. Das ist inshallah ein Zeichen, dass deine Tat angenommen wurde. Er sagt doch, dass wenn Allah einen liebt, dann sagt er zu Jibril, anna hubbu fulan fa'ahibbuhu. Das heißt, ich liebe diesen Personen, so liebe ich ihn. Und dann ruft Jibril, yunari fi'ali saman, innna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Das heißt, Allah liebt diese Personen, so liebt ihn. Fumma yuda ulawal qabul fi'l ard. Dann wird ihm die Akzeptanz auf der Erde bereitet. Und das ist vielleicht ein Zeichen, dass deine Tat angenommen wurde. Aber wichtig ist, dass man das nicht beabsichtigt hat. Wichtig ist, dass man es nicht beabsichtigt hat. Und warum jetzt soll man aber auch nicht dazu sorgen, dass Leute eine schlechte Meinung von dir haben. Erstens, du kannst dafür sorgen, dass die Leute vielleicht, erstens, Sünden begehen, weil sie etwas Falsches über dich sagen. Zweite Sache ist, wenn du zum Beispiel Dawa machst, kann sein, dass das deine Dawa schädigt. Wie zum Beispiel im Sinne vom Propheten, a.s.w. Er hat zum Beispiel auch gesagt, dass er bestimmte Leute von den Munafiku nicht tötet. Warum? Hat er gesagt, damit Allah yata haddathu nas, dass die Menschen also nicht sagen, inna muhammedan yaqtul ashabahu. Dass sie nicht sagen, Mohammed tötet seine Leute. Warum? Weil hier hat es einen weiteren Sinn, nicht damit die nur gut über den denken oder damit er gelobt wird, sondern damit das seiner Dauer nicht schadet. Die nächste Sache ist, Bruder, die nächste Sache ist, ja, die nächste Sache, ich bin jetzt sowieso erstmal fertig, die nächste Sache ist, zum Beispiel in der Hatsch, der Prophet hat denen befundene Rammel zu machen, um sie stark zu zeigen. Das heißt, die Schulter frei auf der rechten Seite und schnell um die Kaba. Warum? Weil die Kufar gesagt hat, die Muslime, die sind jetzt müde und schwach und so, um die Stärke zu zeigen. Aber hier, um den Gegner zu imponieren, versteht ihr, dass was wieder etwas Gutes für den Islam ist. Versteht ihr?